ARD Text im Auftrag von Funk Diese beschissene Blücher sind auf dem Sack hier Diese roten, die überall auf meiner Wiese sind sind für die Wiese und die Wiese sind wenn du sachen sparen willst also material empfehle ich immer die sachen womöglich ist jetzt zu benutzen einfach naja habe ich auch schon das sieht schon jetzt dunkel aus das ist die helft um nichts zu essen dabei Ich habe Essen unten, wenn du... Was haben wir jetzt draus? Kai baut jetzt ein rundes Dach. Was baut der? Ein rundes Dach. Geht ein rundes Dach? Ja, quasi einmal rundherum und das wird dann zur Spitze. Achso. Ja. Sagen wir doch. Das war ja nicht. Hat man nicht hier irgendwo eine Wüste? Eine Wüste? Das weiß ich nicht. Oh, ich habe hier einen beschissenen Ersoffenen hier rum. Rumeiern. Nicht mit Sand. Das sehe ich auch nicht so oft, dass man die Decke vier hoch macht. Ja doch, ich habe keinen Platz auf. Also ich mache drei und dann mache ich Slabs als Decke. Also habe ich dreieinhalb. Nö. Also ich bin in der Richtung ungefähr. Der Soffner machen auch nichts dazu, oder? Weiß ich nicht. Ich gucke mich aber nur an und machen nichts. Naja, soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tag-Nacht-Rhythmus schneller ist als sonst. Ja, habe ich auch das Gefühl. Aber da täuscht man sich wieder. Bis dem beschmutzert kann man eine Mine. Da ist dann auch der Dunkelwörter hinten. Soll ich noch ein bisschen raus? Na... Kannst du schlafen? Ja, gleich. Ich hab ein bisschen in den Sand gesammelt. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass wir jetzt schon 3 Stunden und 14 Minuten Einkauf spielen? Nein. Gefühlt hat man aber nichts geschafft. Nein, das stimmt. So wie es tummeln sich aber auch alle bei dir? Schlaf doch mal jetzt. Ja, ja. Das macht man auch nicht mehr so lange. Was soll denn da unten jetzt? Ich kann hier schlafen. Ich hab noch ein extra Brett, wenn du eins brauchst. Nee. Kannst du hier oben hinstellen. Ich hab ja oben eins. Achso. Hey, wo warst du sowas wie unten? Weil ich Sand geholt habe. Ich hab noch nie Gonnaen. Hey. Bye. Bye. Das war's für heute. Hast du ein Feuerzeug für mich? Nee, ne? Hm, nee. Hast du Eisen? Nee. Noch immer nicht. Weil ich hab ja so viel, ich hab ja so ne Scheißroh, die ich nicht brauche, das ist einfach so viel Zeug drin, was ich gar nicht brauche. Ähm, wir haben Lava in der Nähe. Da muss ich ja immer hinladen, hast du nen Eimer? Ja. Ups. Ach, das war ne Scheiß. Ich guck mal ob Pascal irgendwas hat, was ich benutzen kann. Was ist denn? Ich guck mal im Bett. Ne... ne, ich weiß nicht. Kischbomstum. Weil... sch... Das war's. was glaubst du will der Pascal lieber glas scheiben oder glas blöcke oder würdest du sagen wenn da was drin ist ist ihm das eh scheißegal ich glaub auch ja jetzt hab ich ja diese Kiste die ich nicht brauch was mach ich damit was heißt denn Kiste die du nicht brauchst ja das heißt so viel also es ist halt Erde und sowas ja aber kannst du vielleicht immer gebrauchen irgendwann mal ja aber ich flieg die mitten im Weg ja 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 ach Junge ist das wie scheiß ich weiß einfach ins Wasser Das war's. Was brauch ich denn für Fensterscheiben eigentlich? Glas. Sand. Wie viel kostet eine Fensterscheibe quasi? Also sechs Blöcke sind zwölf Scheiben. Oh je. Oh geil dein Alltag. Nein, ich sparen das gerade. 16? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm raus und Wasser raus. Hallo. Sechs Scheiben, äh sechs Glas Blöcke sind 16 Glas Scheiben. Boah. Alter. Das ist schon viel. Da hat unsere Schildkröte hinten. Ich glaub ich pflanz schonmal hier die Sitzinger ein. Ich hab hier einfach Kürbisse. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Einfach gerade neben dem Bienenstock und dann sind da plötzlich zwei Bienen rausgegangen. Weil die Woche da nichts war. Ne, aber ich hatte kurz tschüss. Wofür brauchst du eine Gleisscheibe? Für mein Haus. Ach so, du baust jetzt doch noch ein Haus. Ja, ich wohne nicht wie so ein Schatzröller. Bist du es doch eigentlich von da oben sehen oder nicht? Ja, ich sehe deinen Adblock. Ja, ich sehe dich. Oh, ich sehe dich. Schlafen? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, lang ist es her. Früher war es ja ganz schlimm, da war es ja Erdglöcke. Ja, jeder hat mal so andere Sachen. Aber man hat auch eine angehörigermaßen große Langgriffe bei meinem Köpfe. Und wenn man dann mittlerweile weiß, was so es für Blöcke alles gibt. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass man Stufen, also Treppen, nicht nur hoch und runter, sondern auch seitlich platzieren kann. Kommst du so? Nee. Wie meinst du solltest, dass die angerinkelt sind oder was? Ja, dass die einmal um 45 Grad gedreht sind. Achso. Also an der Wand dran machst. Und dann halt die Stufe an der Wand ist. Aber wofür? Damit man so schöne Rundungen machen kann. Kannst du doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Habe ich aber auch gemacht. Ja, nicht so wie du. Mein halt. Ich kann es dir jetzt nicht wirklich gerade erklären, wie ich es meine, aber nicht so. Gut. Dann halt nicht. Ich glaube, ich hätte wieder weiß, was wollen sie hier. Was soll ich damit? Ich glaube, ich habe jetzt nicht so. kannst ja nur so auf dem boden platzieren mein aber dazu nur zwei stangen nach oben baust nebeneinander also so dass er 90 grad winkel ist dass du dir dann so da rein platziert das die ecke halt so da drin ist ach so romanz einmal drehen das fände ich noch schön ja ok ja ja doch ja kommt vielleicht noch irgendwann mal habe ich noch die leiter ja 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 also ja jetzt sehe ich dein haus Brauche ich für Glasscheiben auch einen Schmelzofen? Du kannst alles im normalen Ofen machen. Wofür brauche ich? Ist einfach nur schneller. Ein Schmelzofen geht die Sachen, die Erze schneller. Und dann gibt es noch einen Räucherofen, da gehen die Essen-Sachen schneller drin. Ich glaube ich klaue gerade den ganzen Sand-Türk für die Glasscheiben. Ich schneide die Schmelzofen. Doch. Ja. ist der war schnell zurück kannst du schlafen ja